Ich darf Ihnen nun Frau Privatdozentin Dr. Christina Schulz vorstellen. Sie hat im Freiburg im Breisgau, auch im Freiburg im Breisgau, und Bielefeld allgemeine Geschichte, Germanistik und Romanistik studiert und wurde in Bielefeld im Jahre 2001 zum Dr. Phil promoviert. Sie wirkte von 2003 bis 2009 an den Universitäten Neuchâtel, Genf und Lausanne und ist seit dem Jahre 2009 am Historischen Institut unserer Universität tätig. Von 2009, ist das richtig, bis 2015 waren Sie Förderprofessorin des Schweizerischen Nationalfonds am Historischen Institut und wurde von unserer Fakultät im Jahre 2011 habilitiert mit einer Arbeit, die den Titel trägt, die Schweiz und die literarischen Flüchtlinge. Und da haben Sie natürlich schon den Kernbegriff unserer ganzen Diskussion hier mit aufgenommen. Bemerkenswert ist, dass sie seit 2015 eine Dozentur für Migrationsgeschichte am Historischen Institut innehat. Und damit das gesamte Forschungsfeld der Migrationsgeschichte, mehr auch auf die Neuzeit wahrscheinlich bezogen, aufbaut. Ihre Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf die historische Exil- und Asylforschung insgesamt, aber auch Sozial- und Geschlechtergeschichte nach 1945, die Geschichte sozialer Bewegung im 19. und 20. Jahrhundert, stark in komparatistischer Perspektive immer gesehen. Auch hier kann ich es leider nur ganz kurz belassen. Eigentlich müsste ich viel, viel länger über Sie sprechen, als es mir gestattet ist. Deshalb möchte ich Ihnen gerne das Wort gleich überreichen zur Frage Migration. Auch eine Geschichte der Schweiz und wir haben es ja eben schon gehört, es ist eine Geschichte der Vorschweiz gewesen. Mal schauen, ob es auch eine Geschichte der Schweiz ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schulze, für die freundliche Einleitung und auch für die freundliche Einladung zu dieser so interessanten und aktuellen Vorlesungsreihe. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem Vortrag zur Frühgeschichte von Migration möchte ich nun ein Zwischenelement liefern auf dem Weg zur Tagesaktualität, von der wir täglich lesen und die sich doch in weiten Teilen als ein Drama darstellt, das sich außerhalb unserer Grenzen abzuspielen und das die Schweiz und die Schweizerinnen und Schweizer nur indirekt zu betreffen scheint. Ich möchte entgegen dieser doch so verbreiteten Wahrnehmung, dass Migration in erster Linie ein Problem der anderen sei, aus historischer Perspektive argumentieren, dass Migration auch aus der Geschichte der modernen Schweiz nicht wegzudenken ist. Sie hat das Land konstitutiv geprägt und für die Frühgeschichte haben wir das jetzt gesehen, für das 19. und 20. Jahrhundert, also die moderne Schweiz, möchte ich das jetzt argumentieren. Die Geschichtswissenschaft, für die ich ja heute hier im Kollegium Generale dankenswerterweise sprechen darf, stützt ihre Aussagen auf die Auslegung von Zeugnissen der Vergangenheit. Zeugnisse, die auf eine Forschungsfrage hin ausgewählt, kombiniert und ergänzt werden und aus denen in einer intellektuellen Operation vergangene Handlungen in eine sinnstiftende Darstellung umgesetzt werden. Aber gibt es denn überhaupt Quellen, die diesen transitorischen Akt der Migration dokumentieren? Handelt es sich denn nicht für manche buchstäblich um einen flüchtigen Moment? Nun, einer der Gewehrsmänner der modernen Geschichtswissenschaft, Johann Gustav Dreusen, spricht von der historischen Methode als der Kunst, durch Kombinationen sich Material zu verschaffen, wo scheinbar keins oder Ungenügendes vorhanden war. Wenn man erst mal anfängt, sich in die Geschichte von Migration zu vertiefen, stößt man auf eine ganze Reihe von Quellen, die ganz unterschiedliche Facetten des Phänomens bezeugen. Um Ihnen einen Eindruck dieser Vielfalt von Quellen zu verschaffen, habe ich zum Einstieg populäre Quellen herausgesucht, genauer gesagt zwei Schlager, die die Hitparaden des späten 20. Jahrhunderts gerockt haben. Mit America schaffte Neil Diamond 1981 bereits zum sechsten Mal es an die Spitze der Billboard Charts. Der als Kind von russischen Juden 1941 in Brooklyn geborene Schlagersänger greift in diesem Lied, das Sie hier zur Linken sehen, den amerikanischen Mythos auf, dass die Vereinigten Staaten ein Land der Neuanfänge sei. Der Stolz auf die Einwanderung in Geschichte und Gegenwart wird so zur Grundlage des amerikanischen Nationalismus. Und es heißt hier, everywhere around the world, they are coming to America. Every time the flags unfold, they are coming to America. Von überall her aus der Welt kommen sie nach Amerika. Jedes Mal, wenn die Flagge sich entrollt, kommen sie nach Amerika. Wie anders klingt ein Lied des 2014 im Thurgau verstorbenen Sängers Udo-Jürgen Bockelmann, den Sie alle kennen werden. In griechischer Wein versetzt sich der als Udo-Jürgens bekannt gewordene Sänger in einen griechischen Gastarbeiter. Das Lied wurde 1975 im deutschsprachigen Raum zur am häufigsten verkauften Single, Sie alle kennen es. Und ich musste es darum auch nicht singen. Aber wir werden es wahrscheinlich den ganzen Abend mit uns tragen. In diesem Lied werden dem Gastarbeiter folgende Worte in den Mund gelegt. Wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Und etwas später heißt es über ihn, irgendwann geht er zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Auch in diesem Lied kommen die Vorstellungen von zu, aber eben auch wieder von Rückwanderung deutlich zum Ausdruck. Die Arbeiter Südeuropas waren Gäste auf Zeit. Sie blieben den Einheimischen fremd und orientierten sich, so die Wahrnehmung, an der alten Heimat. Nun, wie Sie bereits an diesen beiden Beispielen aus der Populärkultur erkennen können, sind die Vorstellungen von Migration äußerst vielfältig. Deshalb greift die Migrationsforschung gleich auf eine ganze Reihe von Konzepten zurück, in denen nach Distanz, Dauer und Motiven der Abwesenheit aus dem Herkunftsland unterschieden wird. Etwa nach Immigration, Immigration, Transmigration, sowie auch nach Formen der unfreiwilligen Migration, wie der Deportation oder kriegsbedingter Flucht und Vertreibung. Definiert wird Migration in der Forschung offen, als eine auf längerfristigen Aufenthalt angelegte, räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Individuen, Familien, Gruppen oder auch ganzen Bevölkerungen. Inwiefern, so die Frage des heutigen Abends, ist Migration auch eine Geschichte der Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts? Um diese Frage zu erörtern, möchte ich Ihnen zwei Schritten vorgehen. Ihnen als erstes den Elemente eines Strukturwandels als Voraussetzung von Migration in der Moderne vorstellen und vor diesem Hintergrund dann nach der Migration in die Schweiz und nach der Schweiz und die Migration zu fragen. Zum ersten Punkt, Strukturwandel als Voraussetzung von Migration in der Moderne. Wenn ich jetzt mit Migrationen des 19. Jahrhunderts einsetze, dann heißt das nicht, und das haben wir ja eben auch in der gebotenen Kürze, aber auch Tiefe gehört, dass es zuvor keine Migration gegeben hat. Wir werden auch im Rahmen der Vortragsreihe noch von Migrationsphänomenen im Römischen Reich sprechen und anderen Momenten der Geschichte. Im 19. Jahrhundert aber vollzogen sich mehrere Entwicklungen, die für das moderne Migrationsverhalten von Menschen in Europa wichtig waren. Sie hatten zur Folge, was ich eine Intensivierung von Migration nenne. Und zu einigen Ihrer Merkmale komme ich jetzt. Zum einen setzte nämlich eine Vervielfältigung der Formen von Migration ab. Auf die wichtigsten werde ich später am Beispiel der Schweiz eingehen. Mit dieser Vervielfältigung von Formen nahm zum anderen die pure Zahl der Migrierenden sprunghaft zu und es verlängerten sich zudem, der dritte Punkt, die zurückgelegten Distanzen. Schließlich machten sich Menschen aus unteren Volksschichten auf den Weg, was ich hier mit dem Begriff der Popularisierung benannt habe, während Migration aus eigenen Stücken zuvor überwiegend eine Praxis der politischen und wirtschaftlichen Eliten und natürlich des Militärs gewesen war. Einige von Ihnen mögen den Roman Die Walserin lesen haben, der momentan in sehr vielen Büchereien im Schaufenster ausliegt. Darum beschreibt die Schriftstellerin Therese Bixl Nahmigration im 14. Jahrhundert, als sich Menschen vom Lötschental über die Berge ins Lauterbrunnental aufmachten, wo sie verschiedene Orte neu gründeten, darunter Grimmelwald und den Weiler Amaten. Also das wären so Beispiele von früheren Nahmigrationen, allerdings handelt es sich nach dem, was wir wissen, um relativ schlecht zu dokumentierende Einzelfänomene, die in der Entfernung und in der Anzahl nach allem, was wir wissen, nicht an die Wanderung des 19. Jahrhunderts herankommen. Auf drei Elemente dieses angedeuteten Strukturwandels möchte ich näher eingehen. Nämlich die Tatsache, dass es für immer mehr Menschen überhaupt denkbar wurde, die angestammte Heimat aus eigenem Antrieb zu verlassen, also ein mentaler Wandel, der stattgefunden hatte. Dann das Aufkommen des Nationalismus und schließlich die zunehmende Verflechtung und Vernetzung der Welt durch Handel. Zum ersten Punkt, mentaler Wandel. Neue Mobilität und mentaler Wandel sind ganz wichtige Elemente und Prozesse, die sich hier seit der Aufklärung, seit der Französischen Revolution in den letzten zwei Jahrhunderten vollzogen haben. Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts rückte die Möglichkeit, die angestammte Heimat aus freien Stücken zu verlassen, um sich in der Fremde ein neues Leben aufzubauen, vermehrt in den Horizont auch kleiner Leute. Die Säkularisierung gestattete die Vorstellung von der Veränderbarkeit des Lebens im Diesseits. Individuen begannen, ihr Leben aktiver in die Hand zu nehmen und trafen nach Abwägung des Für und Wider auch Migrationsentscheidungen. Die Migrationsforschung hat herausgefunden, dass Auswanderungswellen mit wirtschaftlichen, konfessionellen und politischen Krisen einhergingen. Sie hat allerdings auch ermöglicht zu sehen, dass Menschen nicht mechanisch abgestoßen oder angezogen werden. Also in einem Verständnis des Push und Pull, diese Theorie, der Name ist eben auch gefallen. Man ist so weit zu sagen, dass es keine mechanischen Push-and-Pull-Bewegungen sind, die Menschen zur Migration bringen, sondern dass sie im Rahmen von ökonomischen Zwängen und in Anbetracht von Gruppenbedürfnissen, also Bedürfnissen von Familien oder größeren Gruppen und Netzwerken entscheiden, ob sie mit einer reduzierten Lebensweise sesshaft bleiben, ob sie die Lebensbedingungen aktiv verändern oder aber abwandern. Kommen wir zu einer zweiten wichtigen Entwicklung, die die Intensivierung von Migration im Europa des 19. Jahrhunderts begünstigt hat. Der Nationalismus. Die Idee der Nation als einer naturgemäß zusammenhängenden Einheit, die in der Regel durch Sprache und Kultur verbunden sei, in der Schweiz dagegen auch durch den Willen zu einer wie auch immer verstandeten Demokratie und zum Föderalismus. Also diese Idee wurde im 19. Jahrhundert populär. Aus den viel völkerreichen Europas gingen überall Nationalstaaten hervor. Die Überhöhung der nationalen Gemeinschaft ging mit der Abgrenzung gegenüber anderen Nationen einher und damit mit einer an die Nationalität geknüpften Unterscheidung zwischen eigen und fremd. Im Prozess der Nationsbildung wurden Einwanderer zu Minderheiten. Wer sein Geburtsland verließ und eine Grenze überschritt, war im Zielland jetzt Ausländer, genoss im besten Fall Gastrecht, war aber politisch und rechtlich nicht mit den Staatsangehörigen gleichgestellt. In dieser Zeit nun bekamen auch die Grenzen eine größere Bedeutung, deren Übertritt zunehmend reguliert wurde. Als Reiche zu Einzelstaaten zerfielen, führten diese Kontroll- und Steuerungsmechanismen ein, die uns heute ja so selbstverständlich sind. Die Passkontrolle, die Visumspflicht, die Reglementierung des Arbeitsmarktes, sowie die Einschränkungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Halten wir fest. Eine Phase intensiver Nationalismen führte im ausgehenden 19. Jahrhundert zur stärkeren Unterscheidung zwischen denen, die der Nation durch Sprache, Kultur, später auch durch rassische Merkmale zugehörten, und den anderen, die zu Ausländern und bald auch zu personifizierten Überfremdungen wurden. Der Nationalismus hatte außerdem eine Regulierung von Migration zur Folge bis hin zur Einwanderungsbegrenzung und zu Ausschlussmaßnahmen. Vernetzung und Verflechtung kennzeichnen die dritte Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die jetzt hier zur Sprache kommen soll, denn im 19. Jahrhundert verdichteten sich Fernkontakte im Zuge der Industrialisierung und der Ausdifferenzierung von Handel und Finanzen. Dies nicht zuletzt aufgrund der Verkürzung und des gestiegenen Komforts von Reisen. Die Reise über den Atlantik von den großen europäischen Häfen in die neue Welt hatte Mitte des 19. Jahrhunderts noch 45 Tage gedauert. Nun konnte die Passage mit dem Dampfschiff auf acht Tage reduziert werden. Kapital, Exporte und Massenwanderungen verknüpften also über den Globus hinweg Gesellschaften und Staaten just in dem Moment, in dem diese dabei waren, sich selbst als Nationen zu erfinden. Bürgerliche Werte wie Arbeit und Sparsamkeit wurden als Tugenden dieser Gemeinschaft tief im Bewusstsein der Bürger und der Bürgerinnen verankert. In diesem Kontext wurden Fremde zu Ausländern. Wollte man sie nicht im Land haben, sprach man ihnen den Willen oder auch die Fähigkeit ab, diese bürgerlichen Werte zu teilen. Ich denke, das anschaulichste Beispiel dafür ist die Ablehnung von Juden aus Osteuropa, die viele Staaten Westeuropas, darunter auch die Schweiz, praktiziert haben. Und zwar genau mit diesem Argument, die sind nicht fähig, diese Werte zu teilen. Wie steht es nun nach diesen allgemeinen Elementen des Wandels um die Migrationsgeschichte der Schweiz? Damit komme ich zu meinem zweiten Teil, zu Fluchtsort, Werkplatz, verlassene Heimat, die Schweiz und die Migration. Stabile gesellschaftliche Verhältnisse, religiöse Toleranz und sprachliche Vielfalt machten die Schweiz im Laufe der Geschichte für verschiedene Menschen aus Europa aber nicht nur attraktiv. Dazu zählten schon früh Glaubensflüchtlinge, etwa Huguenotten aus Frankreich im späten 17. Jahrhundert. Dazu zählten dann im 19. Jahrhundert auch politische Flüchtlinge. Also Konservative im Zeitalter der Revolution, der Revolution um 1848 beispielsweise, sowie Flüchtlinge der Restauration, die in vielen Ländern auf die Volkserhebung von 1848 folgten. Zu den politischen Flüchtlingen gehörten auch Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit der Sozialistengesetze, also zwischen 1879 und 1890. Zum Beispiel gehörte dazu Klara Zetkin. Für Bewegung sorgten auch wandernde Handwerksgesellen, also die Wanderjahre oder die Walz gehörten ja in vielen Berufen zum Abschluss der Lehrzeit und waren eine Voraussetzung für die Meisterprüfung. Ja, und dazu kamen auch Künstler, Gelehrte und Kaufleute. Zahlenmäßig war der Anteil dieser Gruppen klein. Für die Erweiterung des Erfahrungshorizontes und für kommerzielle und kulturelle Vernetzungen und Verflechtungen dagegen waren diese Bewegungen wichtig. Die Schweiz war in diesem Gefüge zugleich Ziel- und Herkunftsort von Migration. Diese Bewegungen verliefen quer durch Europa und machten auch an den Alpen nicht Stopp. André Hollenstein hat aufgezeigt, dass es Bewohner aus der Leventina und aus dem Onsenone-Tal bereits seit dem 17. Jahrhundert immer wieder nach Mailand oder nach Genua zug, etwa um dort Hüte herzustellen oder als Baufachleute Baustellen zu überwachen. Grund jedoch für die außerordentliche massenhafte Mobilisierung der europäischen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts waren ohne Zweifel die Industrialisierung und der Eisenbahnbau. Hier waren Industriearbeiter, Fabrikhilfs- und Bauarbeiter gefragt, aber auch Ingenieure. 1888 ist so ein ganz wichtiges Datum in der modernen Migrationsgeschichte, der Schweiz. Das ist der Moment, wo die Zahl der Menschen, die in die Schweiz zogen, erstmals die Zahl der Abwanderer überschritt. Die größte Gruppe stellten die Arbeitskräfte aus Deutschland und aus Italien dar. Allein an der Gotthard-Baustelle waren zehn Jahre lang täglich mehr als 3000 Arbeiter in drei Schichten am Werk. Die meisten davon kamen aus Italien. 1872 erfolgte der erste Spatenstich, 1875 kam es dann zum Streik. Zu miserabel waren die Arbeits- und Lebensbedingungen der Tunnelarbeiter. Als der Tunnel 1882 feierlich eröffnet wurde, hatten an die 200 Arbeiter ihr Leben gelassen. noch ein weiteres Beispiel für diese Bedeutung der Arbeitsmigration, der Einwanderung von Fachkräften. Das ist hier ein Bild von La Chaux-de-Fonds. In La Chaux-de-Fonds waren vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Maurer und Gipser aus Italien ansässig und sie halfen, die expandierende Stadt aufzubauen. Nun, im gleichen Zeitraum, in dem die Städte der Schweiz unter anderem durch Migration anwuchsen, leerten sich die ländlichen Gebiete des Mittellandes und der Jura-Höhen. Und damit kommen wir zu einem anderen Migrationsphänomen, das die Schweiz sehr stark geprägt hat, nämlich die Auswanderung. Von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Wanderungsbilanz der Schweiz konstant negativ. Das heißt, dass tatsächlich mehr Menschen die Schweiz verließen, als Menschen in die Schweiz kamen. Das führte dazu, dass zwischen 1820 und 1920 über 250.000 Menschen die Schweiz in Richtung der Neuen Welt verließen. Und jetzt kommt noch eine andere Migrationsbewegung zur Sprache, nämlich Binnenmigration. Auch sie hat die Schweiz sehr stark geprägt. Da ist zum einen natürlich zu nennen die Landflucht in die industriellen Zentren. Aber darüber hinaus möchte ich ein anderes Phänomen hervorheben, das Sie viele von Ihnen kennen, manche vielleicht aktiv, andere durch familiäre Zusammenhänge. Das ist nämlich die Welschlandgängerei. Das Welschlandjahr popularisierte sich um 1900 und wurde zu einer Angelegenheit der jungen Frauen der städtischen und unteren Mittelschichten und vor allem dann der bäuerlichen Schichten. Am Welschlandjahr lassen sich Fremdheitserfahrungen durch Migration entlang von Klasse, geografischer Herkunft, Sprache und Geschlecht bereits in diesem binnendifferenzierten Raum der kleinen Schweiz erarbeiten. Drei Momente der Migrationsgeschichte des 20. Jahrhunderts erscheinen mir als Vorgeschichte gegenwärtiger Problemkonstellationen erwähnenswert und ich kann sie aus Gründen der Zeitgestaltung nur andeuten. Sie passen weitgehend in die genannten Kategorien hier, weisen aber eine neue quantitative Dimension auf und sind natürlich auch anders zu kontextualisieren. Zum Ersten sind dies die Rückwanderung, aber auch die dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs, also Opfer politischer und rassischer Verfolgung. Viele von Ihnen haben hier in der Schweiz ihren Lebensabend verbracht und zwar entgegen des Selbstverständnisses der Schweiz als Durchgangsland. Über die Erfahrungen dieser Menschen mit der Schweiz, ihre Lebens- und Laufbahnen unter den Bedingungen des Exils sowie über ihre Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Teilhabe wissen wir noch wenig. Zum Zweiten sind Migrationsbewegungen in der Ära von Kaltem Krieg und Wirtschaftsboom zu erwähnen, also einerseits die relativ offene Aufnahme von Flüchtlingen aus den kommunistischen Staaten Osteuropas, Ungarn, CSR, Polen, sowie aus Asien, Vietnam, Tibet, andererseits die sogenannten Gastarbeiter aus Südeuropa, mit denen ich meinen Vortrag eröffnet habe, allen voran aus Italien. An Ihnen lässt sich, wie Sarah Baumann kürzlich gezeigt hat, aufzeigen, welche Rolle Frauen bei der Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt und vor allem bei der sozialen und politischen Integration gespielt haben. Die Geschlechterbeziehungen und so viel zu sagen, muss am Internationalen Frauentag, den wir ja heute auch begehen, erlaubt sein. Die Geschlechterbeziehungen sind ein zentrales, aber immer noch unterbelichtetes Themengebiet der Migrationsgeschichte, wie auch der Geschichte allgemein. Und um der Arbeit dieser Migrantinnen zu dokumentieren, habe ich Ihnen diese Quelle mitgebracht, also eine Information über eine Frauenberatungsstelle in den 1970er-Jahren, die sich vor allen Dingen an Migrantinnen richtet. Ja, und der dritte Moment, den ich hier noch andeuten möchte, ist natürlich die globalisierte massenhafte Asylmigration, die für die Zeit seit den 1990er-Jahren paradigmatisch ist. Seither multiplizieren sich die Asylgründe, sowohl die Anzahl und die ethnische Zusammensetzung der Asylsuchenden. Parallel zu diesen Entwicklungen hat die Kritik von kirchlichen und Menschenrechtsgruppierungen, Sozialverbänden und den Linksparteien an einem auf Abwehr zielenden Migrationsregime zugenommen. Auch das ein Forschungsthema, das die Zeitgeschichte der Migration in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Damit komme ich zum Schluss. Drei Bewegungen haben die Geschichte der Schweiz ganz wesentlich geprägt. Wanderungen in die Schweiz hinein, aus der Schweiz heraus und zwischen ländlichen Gegenden und industriellen Zentren sowie Stichwort Welschland ja über Sprachgrenzen hinweg. Vor diesem Hintergrund kann man die gestellte Frage, ob Migration auch eine Geschichte der Schweiz sei, nur mit Ja beantworten. 36 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz über 15 Jahre haben einen Migrationshintergrund und Pendelmigration ist in diesen Zahlen noch gar nicht eingeschlossen. Die Wege und Verläufe von Migration sind mit der allgemeinen sozialen, ökonomischen und intellektuellen Geschichte der Schweiz untrennbar verwoben. Doch glaube ich, dass Migration noch aus einem anderen Grund zur Geschichte und Gegenwart der Schweiz gehört. Wenn man davon ausgeht, dass ethnische und religiöse Unterschiede und zwar entgegen der Vorstellung eines homogenen Nationalstaats in modernen Gesellschaften nicht aufhebbar sind, ist auch deren Geschichte als eine Geschichte von Vielfalt und Differenz zu schreiben. Migration zu untersuchen bietet eine Gelegenheit, Fragen von Abgrenzung und Zusammengehörigkeit im Verhältnis zwischen dem Ankunftsland und den anderen zu untersuchen, aber auch überall dort, wo entlang von Fragen der Herkunft, der Ethnizität und auch des Geschlechts Partikular- und Universalinteressen verhandelt werden. Die Grundfrage, um die es in manigfaltigen Diskussionen geht und zuletzt noch am vergangenen Abstimmungssonntag mit der sogenannten Ausschaffungsinitiative, diese Grundfrage lautet, für wen hat das Versprechen der freien und sozialen Demokratie und ihrem Wohlstand Gültigkeit und für wen nicht? Die Migrationsgeschichte tritt nicht an, diese Frage, die ja eine eminent politische Frage ist und die dein Grunddilemma demokratisch verfasster Gesellschaften aufwirft, sie tritt nicht an, diese Frage zu beantworten. Sie kann aber die Ursachen und die Prozeduren von solchen Grenzziehungen untersuchen und ihre Folgen für die betroffenen Menschen. So verstanden beschäftigt sich Migrationsgeschichte nicht mit marginalen Fragen und Akteuren, sondern leistet einen Beitrag zum Selbstverständnis demokratischer Gesellschaften schlechthin. Zuallererst aus diesem Grund und damit möchte die schließen, ist Migration ein zentraler Bestandteil einer Geschichte der Schweiz. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.